Kat, Papa, kocht Spaghetti. Psst, ich halte nur Spaghetti. Schau einfach, recht heiß. Und jetzt schnell heim. Zu Österreichs größter Spaghetti-Vielfalt aus 100% österreichischen Zutaten. Hm, recht heiß. Da bin ich daheim. Wow. 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 Bei OMV gibt es ein Wow für alle. Für alle Kaffee-Liebhaber gibt es bei OMV Viva Kaffee-Latte, Espresso, Cappuccino und noch mehr Fairtrade-Kaffee-Genuss aus eigener italienischer Röstung. Genießen Sie Ihr Wow bei OMV. Die Energie für ein besseres Leben. Und weiter geht's. Der Krone-Hit-Club mit Freddy Hahn. Dein Party-Kick-Off am Samstagabend. So, danke für mich. So, meine Hände für mich. Morgen, der Krone-Hit-Wetter-Trends morgen am Sonntag. Für noch neblich, dann aber Sonnebrüder ganzen Tag bei 29 heißen Grad. Gute Fahrt mit Postprofis. Dein österreichischer Cloud-Telefonanlagenanbieter mit Homeoffice-Funktion. Postprofis.com. 20.30, das ist der Krone-Hit-Verkehrs-Check. Powered by, Öher, DC-Heiz, die ins Auto, nach Salzburg, A10 Richtung Salzburg, zwischen Altmarkt und Golling. Aktuell nach wie vor eine Stunde Zeitverlust, 18 Kilometer Stau. Gute Nerven dir, ansonsten läuft super auf den Straßen, hast du noch was weg. 077-11-2-77-11. Weiter geht's wieder mit einer Tonne Musik hier beim Krone-Hit-Club. Jetzt mal mit Sound aus Österreich. Ein DJ, der relativ viele Gemeinsamkeiten mit dir hat. Er kommt ursprünglich aus dem Waldviertel, genauso wie ich. Er arbeitet auch beim Radio und er ist auch DJ. Ich rede von Flip Capella mit seinem Remake von Down Under. Musik auf Anschlag. Weiter geht's. Musik auf Anschlag. 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 Musik 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 In den Jahren nach Mozart's Tod gehörte die Opernagin, Titus, Milde, Stitus, zu den vielgespülten Werken des Hauptschlusses. Musik 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 Woolsey Musik 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 Und jetzt geht's mit der Militär. Er hat der Contra-Atac. Der Contra-Atac der Grupării Oltene minte pentru Iovam-Marcovici. ... die Lovitură de la Colt in terenului. Oltenii, iată, sunt foarte periculoși pe Contra-Atac. Au demonstrat acest lucru încă din primul minut, atunci când au finalizat Iovam-Marcovici după ce au derulat o acțiune ca la carte, pe aceeași parte a terenului, Flacul Stâng. De acolo, de unde acum, iată, execută Lovitura de la Colt. Craiova a adus întreg efectivul. În jumătatea de teren a oasteților, răminge primisă la întâlnire, în preașma care unui mic resping cei de el la Sfântul Gheorghe. În cele din urmă îndepărtează pericolul, dar Craiova revine în posesie. Balon acum la... Tu, care este făneți alec? În preaș reconocie. Panor acum la... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Untertitelung des ZDF für funk, 2017